Mmmmm, Metal-Leute, Serplen hier. Heute geht's mal um eine Sache, die ich mittlerweile an aktuellen Multiplayer-Spielen oder in aktuellen Multiplayer-Spielen echt vermisse, und zwar Custom-Server. So, ich rede nicht irgendwie nur davon, dass du halt einen Server hosten kannst, weil zum Beispiel Battlefield ist ja noch erlaubt, und shit. Ich rede komplett davon, Custom-Server mit Modding, mit irgendwelchen Zusatz-Scheiß und all dem Scheiß, den man halt irgendwie mit halt die ganzen Mist verbindet. Es ist halt einfach nicht mehr existent, so, das gibt's halt nicht mehr in aktuellen Multiplayer-Spielen. Das ist so eine Sache, das hat Call of Duty 4 zum Beispiel einfach irgendwie am Leben gehalten, so. Wenn ihr einmal in eurem Leben Ice-Dops oder so gespielt habt, ihr wisst, das ist besser als alles, was irgendwie die nachfolgenden Call of Duty's bringen konnten, so. Ice-Dops ist legit irgendwie das wahrscheinlich mit Beste an Call of Duty, was man spielen konnte. Das ist einfach nur irgendeine Fan-Mod, die es auf einigen Call of Duty 4-Server gab, so. Das ist einfach nur so eine kleine Fan-Mod, und die hat einfach das Spiel gefühlt tausendmal geiler gemacht, so. Das ist jetzt nicht mal ansatzweise das Einzige, es gibt ja hunderte andere verschiedene Mods. Leute haben fucking CS-Serve in Call of Duty 4 gemoddet, es ist alles drin, also wirklich für jeden Geschmack gibt es sowas, und ich vermisse sowas. Sowas ist eine Sache, die hält Spiele im Leben, über Jahre. So, du kannst noch immer, selbst heute, noch in Call of Duty 4 gehen, und du findest, es sind irgendwie drei, vier Server, die irgendwie aktiv sind und so. So, es sterben so viele Spiele, einfach nur, weil sie halt keinen guten Content haben, und ja, es würden einfach so viel weniger Spiele so schnell sterben, wie sie aktuell verrecken, ne. Wir hätten es einfach Custom-Server, hier würden sie Modding erlauben, und die wären so scheiße, aber Activision, Blizzard und, ja, ne, ihr kennt die ganzen Konsorten. So, die erlauben das alle nicht, weil es halt einfach fucking nochmal geiler ist, weil dann können die halt, statt als irgendwie einfach Models und Shit, können die dir halt DLC und so verkaufen, ne. Du willst neue Maps spielen? Ja, dann kaufen wir unseren fucking 20 Euro DLC, nicht nur so irgendwie Community-Maps und die ganze Scheiße. Fick dich! So, es ist eigentlich, es ist alles irgendwie ein bisschen beschissen, so. Alles ist irgendwie halt monetarisiert bis zum Tod, und da ist halt Modding einfach irgendwie im Weg, ne. Ist offensichtlich irgendwo, aber ich will irgendwie diese Zeit zurück, wo man einfach irgendwie Call of Duty 4, I-Stops, ne, ihr wisst, was ich meine. Einfach diese geilen Modding-Server und die ganze Scheiße, so. Einfach Community-Shit, und das würde wirklich einfach irgendwie allgemein Spiele so viel geiler machen, das glaubt ihr gar nicht. Also, ja. Danke fürs Zuhören, ne, ne. Denkt dran, bleibt mit Doxel, sterben, hier nicht, dislike mich, entbimmelt diese verfickte Glocke, und jetzt runter von meinem Rasen die Hohensünde. Ja. Ja.